Was geht, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Heute zum allerersten Mal eine Fußball-Challenge. Heute habe ich fünf Kandidaten. Komm mal rein. Big Z. Jetzt sagen wir jetzt schon, ich bin Torwart und die werden nichts halten, Digga. Nichts. Die werden nichts reinmachen. Ich bin Torwart, ich halte alles. Er ist Torwart, er wird alle Bälle halten, aber unser Torwart hat nicht mal Handschuhe. Guck mal unser Torwart an. Er hat keine Handschuhe, mein. Egal, ich halte es mal da drauf. Ohne Handschuhe, ne? Der wird alle Bälle halten, obwohl er keine Handschuhe hat. Gut vorbereitet, naja. Ich erkläre euch mal, was für Challenges wir heute machen werden. Es wird einmal die Five-Shot-Challenge geben. Die kennt ihr bestimmt von Find the Pro. Das heißt einmal Elfmeter, einmal Freistoß von links, einmal Freistoß von rechts. Dann einmal ein hoher Ball mit Two-Touch direkt aufs Tor. Und dann gibt es eins gegen eins mit dem Torwart. Dann gibt es noch die Crossbar-Challenge. Crossbar-Challenge, jeder drei Schüsse, Latten schießen, wer mehr Punkte hat, hat gewonnen. Dann gibt es einmal die Schüsse auf die kleinen Tore aus 10, 15 und 20 Metern. Wer da mehr Tore hat, hat gewonnen. Dann gibt es einmal die First-Touch-Challenge. Dabei wird hochgeworfen und man muss mit dem First-Touch den Ball im Eck drinnen behalten. Geht dabei aus dem Eck raus, gibt es keine Punkte. Dabei muss im Eck drinnen bleiben. Es wird eine echt, echt schwierige Challenge. Ich bin mal gespannt, wie die sein wird. Und die letzte Challenge ist die Eins-gegen-eins-Challenge. Eins gegen eins, jeder gegen jeden. Das wird heiß, das wird schlimm. Leute werden hier geguckt, deswegen bleibt alle dran. Liked das Video, abonniert meinen Kanal, schreibt es in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich will nicht viel reden. Let's go! Ohne Brunnen, manche machen auch noch Brunnen. Ohne das? Machen wir Schücher schon oder das? Schere, Stein, Papier, merke ich nicht. Hast du Runde Stein oder nicht? Was? Oh, nein, nein, direkt. Schere, Stein, Papier. Ihr seid raus, oder? Einer von uns beiden. Ja, Einer von uns beiden. Let's go, let's go. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier, Schere, Stein, Papier, Schere, Stein, Papier. Also, ich will Letzter. Boah, Digga, ey. Das war Nummer 1, Melle. Nope. Oh, schade. Come on, come on, come on. Go, 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 go. Nope. What? 2. 2. Oh, shit! Oh, shit! Ha, ha, ha! Fuck, der Disso-Spread, Nigga. Nah, Bro. Der Disso-Spread. Wirst du weiter? Komm, komm, lass nix anbrennen, Digga. Nee, keiner anbrennen, Digga. Was? Nein! Komm, komm, wir fängst in den Ball zu. Nein, 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 nein. Tutas, Tutas! Ruhle Eimer, Nummer 4. Hey, haben wir die Hand? Nein. Yes, Baby! Ja, okay. Eins gegen eins. Ich denke, mein Kopf rattert, ich muss mich überlegen. Was? Oh mein Gott. Komm, ey! Komm, ey! Komm, komm, komm! Eins gegen eins. Eigentlich schon, aber... Komm, Männer, Bro. Los! Oh! Wie kann man den nicht rein? Ey, ey, ey! Du, besser. Oh! Digga, für links. Komm, einmal! Das... The big one. The big one. Hey! 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 Hey, das war Männer und Sam. Ob du gewollt hättest oder nicht. Egal was passiert dir. Ah! Digg, ist da weit vorne. Komm, komm, mal raus! Komm, nur raus! Hey! Hey! Komm, wir! Komm, wir! Hey, Digga! Hey! 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 Du holst noch einen Schuss! Du holst noch einen Schuss! Komm! 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 Du hast ein Tor, ne? Komm! Hey, du kannst... Komm! 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 Bitte! Oh mein Gott! Oh mein... Nein! Nein! Null! Null? Nein! 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 Ach so. Okay, okay. Mach du mal zu viel Bla-Bla! Ja, ja. Mach zu viel Bla-Bla! Mach zu viel Bla-Bla! Oh! 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 Aber nichts anderes, Jungs! Okay. Jetzt mit links! Hey, Digga! Guck mal, ich schwör, die Sünder hat geschürzt! Hey, aber es ist okay! Aber das ist keine Ausrede! Hey, fucker, ey! Das war unfair! Der war zu nahe! 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 Also 2-2-2! Okay! Let's go! Nächste Challenge! Nächste Challenge! Ich führe, ey! Zeigt euch, wie das geht! Versteht ihr? Okay! Okay! Ich hab nur drei! Du hast drei Schüsse! Drei! Okay! Okay! Nope! Ein Tor-Schuss! Ich bin links mit, ja! Ey! Ey! Die, die lachen, ne? Hey! Let's go! Ich will euch noch sehen! Ey! Die, die lachen, ne? Egal! No! Noch einen! Ne, ne! Drei! Hey, die lachen, ne? Okay! Lacht ruhig, Mann! Wir sehen uns gleich wie alle schießen, Mann! Ein Halbfeld, Regido! Nope! Nope! Falsche! Boah, der war 100.000 Meter über der Stau, ja? Wie die Alice? Nope! Oh, okay! Oh, der war knapp! Ey! Nee, 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 nee! Der war nicht schief! Der war nicht! Der war nicht! Der war nicht! Das ist... Das ist respektlos, eigentlich, ne? Bis jetzt, nur Chop! Was?! Damn! Cold, 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 cold! Ich hab ihn gesehen! Cold, Bro! Ich hab ihn gesehen! Cold, Cold! Cold, Cold! Der war cold! Du hast auch gesehen, oder? Ey, geiler! Nope! Das ist nichts! Damn! Nein, nein, nein! Der erste war cold, Mann! Der ist aber cool, der ist aber cool! Der war cool! Nope! Torschuss! Abdull! Abdull! Let's go! Wir haben noch zwei, drei Challenges! Uh! Nope! Wie gesagt, ohne Prozent, Jungs! Was hast du aber grad noch mal gesagt? Bei dir war ein Männer-Tor-Schuss! Aber nee, was hast du gerade noch mal gesagt? Ich wurde nur noch mal gesagt! Das ist der Schlechtste! Was kenn ich dafür, wenn du schlecht sagst? Nope! Zeig uns doch! Nope! Uh! Uh! Okay, okay, okay! Der war geschliffen! Geh nach außen! Boy! Geh nach außen! Geh nach außen! Geh nach außen! Geh Dodo machen! Nope! Jetzt ist eins! Mit einem Ziel gegen Punkt gewonnen! Digga! Nächste Challenge! Wer führt jetzt gerade? Ich glaube, dass ich durch... Du! Er hat drei Punkte insgesamt! Wir beide haben noch zwei! Warum zwei? Ach so! Also auch wenn man getroffen hat? Warte, stopp! Das erste Spiel war unentschieden! Kriegt jeder von uns die Punkte! Ja, ja! Zwei Punkte! Zwei? Okay, zwei! Wir zählen die Tore! Aber wir haben doch gerade Crossbow-Change gemacht! Wo wirst du da Tore zählen? Fürs Treffen? Ja! Deswegen hat er eins! Drei! 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 Zwei! 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 Nein, ein! Er hat ja später eingemacht! Er hat gelacht! Nahtor hat gelacht! Ab er! Okay, ich sage euch jetzt schon! Ich meine drei von drei! Drei von drei! Das war kein Scherz! Mach mal den Ball weg! Ich will keinen Ausreden! Mach mal den Ball weg! Ich will keinen Ausreden! Mach mal den Ball weg! Nein! Hat er nicht! Hat er nicht! Ja! Aber egal! Der war knapp, ey! Ja, sehr wichtig! Wir sehen gleich, was die anderen machen! Was die anderen machen! Easy! Auf, tranquil! Digga, Daniel! Daniel! Wenn er mich trifft! Ich will, dass du runder mal, wo er runtergefallen ist! Reitschneid es! Schneid dir das die ganze Zeit rein! Im Moment! Wieder vertreiben! Ja, ja! Oh, shit! Nein! Zu weit links! Fuck! Stark! Egal! 2 von 2! Wenn du da gleich stehst, musst du merken, das ist auf einmal ein bisschen. Schleicht. Du kannst nicht. Du sagst nicht, Bruder. Nathan, hast du alle reingemacht? Nein, mit dem Netz nicht. War wichtig. Das ist das, was ich hören wollte. Alles öffnen. Nein, 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 nein. Das wird immer länger. Du denkst, ich schaff's. Ich bin mal gespannt. Ich hab nicht gesagt Schummel. Ich hab nicht gesagt Schummel. Ich hab gesagt... Egal. Leider hat er gesagt. Ach so, okay. Warum scannst du? What? Digga, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Man muss Heecher stehen lassen. Entweder du schießt von links oder von rechts. Aber du musst Heecher stehen lassen. Nee, natürlich. Ich wusste nicht. Digga, der gibt's nicht. Digga, ey. Eigentlich ist ein Minuspunkt. Eigentlich ist ein Minuspunkt. Warum? Geht los? Ja. Digga, ey. Ey, ey. Ey, ey. Dein Herz ging irgendwie... Dein Herz? Amen. Ich könnte schwören, sein Herz war nicht in Ordnung. Gott hat's gehört. Er hat gemerkt. Jo. Guck mal, seine Anspannung. Dann schießt du halt Elfmeter. Dann schießt du halt Elfmeter. Mach mal noch mal was mit deiner Brust. Er lacht mich nicht. Ey, ey. Ja, ja, nicht. Das ist ungefähr. Ey, Jude, da mal ehrlich. Egal, er macht jetzt. Okay, okay, okay. Spielfans sind auch Geglaub. Komm. Lass dich nicht hier richtig. Ey, ey, ey. Rastin, okay. Okay, 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 okay. Mein Bruder. Hey, hey. Ich hab doch... Alles. Igga. Hier bin. Alle meine. Alle meine Ringe. Du hast dich gerade. Guck mal, Alter. Nimm den dritten. Nimm den dritten. Nimm den dritten. Yes, du! Yes, du! Er steht auch noch mal. Ist auch noch mal. Aber das ist unfertig. Er steht auch noch mal. Ah, der ist raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der ist nicht raus. Oh, fuck. Wuuuuh! Ey, aber nicht schlecht. Aber ey, wenn du nicht weit... Mit deinem kämpft, ey, mit deinem kämpft. Hat er gar nicht die erste Stütze? Lalalala, gib mir den Ball, ich will was machen. Er muss machen jetzt. Er muss machen, er muss machen. Gib mir den Ball. Man, you... Gott, hier... Ich will doch nicht den Ball holen. Warum willst du den Ball holen? Was, wenn ich was machen will? Alle meine Wege... Alle meine Wege... Du musst Umwege füllen. Oh, ein Ball rein. Ich bin Risiko gegangen. Ey! Jesus! Es ist los! Wenn es eins gegen eins wird gleich lustig, ne? Warte! Oh nein, nein! Was ist das denn? Hahaha! Ein Punkt für mich! Ey, mach mal! Mach mal! Mach mal! Okay, warte! Spiel dich mit mir! Ey! Nein, wie wirst du? Mach mit zwei Händen einfach! Warte, okay, warte! Mach mit zwei Händen! Genau! So jetzt! Raus! Ja, der steht nicht! Der steht nicht! Letzter, ne? Ich werde einen Ekling machen. Ich werde einen Ekling machen. Ja! Ah, wo ist der Schlüssel? Äh, liegt auf der Bank. Hallo? Boah, du hast den Hams! Ich hab angenommen wie ein Mann! Ich hab angenommen wie ein Mann! Waffen! Ich hab angenommen wie ein Mann! Du hast das Versprechen gehalten! Hä? Du hast das Versprechen gehalten! Ich hab gesagt! Ich hab früher! Warum darf man das nicht? Mach! Mach gleich bei dir! Ist okay! Okay, okay! Okay, okay! Hey! Warum ist das? Warum? Wartag gewinnt ihr? Ihr seid alleuto! Weil ich bin Torwart und ich bin... Wartag gewinnt! Ihr habt 2 Punkte, oder doch? Er sagt, wie jetzt nicht er ist Torwart! Ich bin Torwart, ich bin nicht gewinnt! Hat er es 2 mal geschafft? Ja, zwei mal. Ok, das ist gut! No! Ticket! Warst du krass? Ich habe noch eine Chance, ne? Chill, 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 chill! Tschüss, tschüss. Guck mal, wie allein wir stehen. Wer ist? Er macht bestimmt Männer hoch. Ich mach mich hoch. Du hast mein Handy auseinandergütteln. Ach du, schlecht. Ich hab... Hey, yo! Wo ist letzter Ball? Ey, Jupp, können wir das replayen? Intro, kein nix. Vorm Spiel. Ey, Mann! Okay, 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 okay. Das steht. Das steht. Das steht. Warte, warte! Nee, nee, warte! Nee, nee, es mach noch mal, es mach noch mal, es mach noch mal. Das ist Softpring! Ich mach noch mal, es mach noch mal. Das sind dreimal Muskeln. Das fehlt nicht, ne? Nee, das ist gut. Alter! Das fehlt nicht. Was ist das? Nicht zualler bis in die Zeit lang. Ey! Danke noch mal, ne? Das ist nicht so recht. Daniel, du hast jetzt lecker. Ach so, ich verhoffte. Was? Ich hab dich nicht verhofft. Ja! Ich hab dich nicht verhofft. Der ist! Der ist! So wifft man richtig mal! Komm, komm, komm! Erstmal, ich hab doch gar nicht probiert. Ist okay, ist okay. Es gibt noch eins gegen eins. Ist okay! Zwei! Arthur, rück mal hoch! Rück mal hoch! Aber bei du warst nach Liebe, dann hast du doch. Wollt nicht. Boah! Ey, Dicke! Aber ey! Warte, ey, warte! Du hast angenommen. Ja, warte! Wie weit ist denn? Ist das angenommen? Nein, 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 nein. Ich hab doch gar nicht angenommen. Deswegen, deswegen seht ihr das ja nicht. Okay, aber dann hab ich ja noch einen für sie. Warum? Ja! Aber der war doch in der Box oder nicht? Einmal, zwei Mal dann! Ja! Ich kack mich. Ich hab auch bei dir nicht kacken. Okay. Aber du könntest immer noch kacken. Das ist die Gefrochung. Hier nimm. Oh! 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 Er hasst ihn. Er hasst ihn! Nein, zieht nicht! Komm mal, komm mal! Tiet, 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 tiet! Ja, der zieht. Ja, der zieht! Wer ist drin? Ja! Der zieht! Ey, ab und zieht, sei fair! Sei fair! Komm mal, wir gehen! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Der letzte Satz dreigeschissen! Jetzt auch dreigeschissen! Neun Punkte! Okay, komm! Oh, oh, oh! Ja! Los! Oli noch ein bisschen am Platz, Alter, ne? Ja! Ja! Puh! Der ist! Der ist! Guck mal! Der ist hier! Der war! Der war! Der war! Der war! Der war! Der war! Ey, das ist unfertig, Alter! Ey, kam mal rein! Los, der war! Der war! Der war! Los geht's! Boah! Der ist! Der ist! Ey, ich will auch mal! Let's go! Pass auf, pass auf, wenn der beide kommt, weil der am Ende kommt gegen die Kamera! Los geht's! Du kam mal rein, ich trank' aus, ich trank' aus! Wasse mich? Ich trank' aus! Was mein Mann? Kieper hat geschlafen. Verteil dich, verteil dich, verteil dich. Hau mal bei. Ocozza. 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 Barsch. Absoe, nenni. Barsch. 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 Ocozza. Ocozza. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Ghana, Kufour! Noch mal! Du hast gekackt! Du hast gekackt! Noch mal! Ja, weg! Ja! ABD, fängst du an? Are you sure? Ich wusste nicht! Ich wusste nicht! Ich wusste nicht! What? Der war knapp! 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 Schade! Schade! Wie sagtest du ihn an seinen Töten? Ich wollte ihn um... Er nervt uns jedes Mal! Jeden Tag nervt er mich! Heute schlägst du zurück! Tag der Abbrechen! Was ist das? Nein! Mein Kunt ist nicht! Nein! Schade, du schützt gleich mich ab! Komm mal! Anson ist ein schlimmer Knapp geworden! Ei, ei, ei! Das kann nicht sein! Hauptsache, er hat mich nicht gedepft! Oh mein Gott! Nein! Er hat uns Kiosk geschickt! Er hat uns Kiosk geschickt! Er hat uns Kiosk geschickt! Kiosk? Er hat den Fußball-Trust-Ombau gemacht! Nein! Nein! Er hat den Kiosk geschickt! Eis holen gehen! Nein! Wo denn Wasser Eis? Was? Er hat 50 Cent noch Penny hinterher geworfen! Das ist noch dazu! Nein! Oh, kein kleiner Junge, wenn du bist! So! Mach weiter! Tschüss! Ihr kennt mich! Mal wieder kein Auto! Keine Ahnung, warum mir das immer passiert, dass ich kein Auto aufnehme! Ich vergesse es jedes Mal! Keine Ahnung! Aber versprochen, Leute! Wirklich versprochen! Beim nächsten Video gibt es auf jeden Fall ein Outro! Deswegen! Wenn das Video euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal! Like das Video! Schreibt was in die Kommentare! Und ganz, ganz wichtig! Ey! Abonniert mich! Supportet mich doch auch auf den anderen Kanälen! Auf Instagram! Auf TikTok! Auf Snapchat! Ich bin auf Snapchat so aktiv! Jeden Tag poste ich da was! Ihr werdet sehen, was ich in meinem Leben mache! Selbst wenn ich auf Toilette gehe! Seht ihr! Das wäre ganz, ganz wichtig! Abonniert mich auf meinen ganzen anderen Social Media Kanäle! Abonniert mich auf YouTube! Like das Video! Schreibt was in die Kommentare! Zeigt Liebe! So! Und ich würde sagen! Peace out! Bis zum nächsten Video! Schlumpen! Gehaltes drauf! Wir leben jetzt im Saus und Baus! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!